Das ist vielleicht nicht, was mein Glut war. Mein Papa hat auch so auf dem Blech geäst. Hier kann ich zu eng und hier kann ich mir ein Sesel und hier ein Snack. Sie stehen einfach hier drauf und gehen etwas runter. Dann kann man es wieder ausfissen. Das ist mein Lieblingsblech, das ich nie vorzuhören. Weniger Abfall, mehr Lebensqualität.